Servus YouTube, Void hier. In diesem Video habe ich alle Lösungsansätze zur Behebung des Paketverluste und Latenzspitzenproblems mit der Vodafone Station zusammengefasst. Außerdem habe ich in diesem Video einen neuen Tipp-Lösungsansatz aufgenommen, welchen ich gerade mit den Usern auch verifizieren konnte und der vielleicht auch dir helfen kann. Wenn dir einer der Lösungsansätze in diesem oder früheren Videos eine Hilfe war, drück jetzt den Daumen nach oben Button und lass diesem Video einen Like da. Stell dir vor, du könntest mit einem der Lösungsansätze deine Paketverluste und Latenzspitzenprobleme dauerhaft beheben. Bei einigen Usern hat das ja tatsächlich funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt dieses Video und packe alle Lösungsansätze plus den neuen, der wir jetzt ausgegraben haben, zusammen in ein kurzes Video. Vor allem der neue Lösungsansatz hat es in gewisser Weise doch in sich, weil auch der wieder ganz merkwürdig ist und eigentlich so nicht verurtet werden würde. Wie immer würde ich mich auch freuen, wenn du dem Kanal natürlich ein Abo dalässt. Ich werde mich auch in Zukunft mit diesem Thema befassen und dein Abo stellt sicher, dass du informiert bist, sobald es da irgendwelche größere Neuigkeiten gibt. Die nachfolgenden Lösungsansätze sind sortiert von einfach zu schwierig bzw. von günstig umsonst nach teuer. Beginnen wir mit Lösungsansatz Nummer 1, die Firewall an ausschalten. Dieser Weg ist wohl mit der einfachste. Ihr geht einfach in die Oberfläche der Vodafone Station und dort unter dem Tab Internet deaktiviert ihr kurz die Firewall und schaltet sie im Anschluss daran auch gleich wieder an. Das hat bei vielen dazu geführt, dass die Paketverluste zumindest temporär beseitigt waren. Lösung Nummer 2 ist vielleicht nicht für alle so praktikabel, hat aber bei einigen sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht, unter anderem bei mir. Die Lösung Nummer 2 besteht darin, das WLAN einfach mal auszuschalten und direkt danach wieder anzuschalten. Dadurch verlieren zwar erstmal alle Geräte temporär den Zugang zum WLAN, aber auch das Paketverluste-Problem ist bei vielen temporär beseitigt. Lösungsweg Nummer 3, denkbar einfach, ist aber vom zeitlichen Aufwand her ein bisschen aufwendiger, die Station neu starten. Wenn ihr die Station einfach ausschaltet, die Vodafone Station und dann nach so 15 Sekunden neu einschaltet, dauert es halt in der Regel 1, 2, 3 Minuten, bis diese wieder komplett hochgefahren ist. Und auch dann sind die Paketverluste und Latenzspitzen zumindest für eine gewisse Zeitspanne verflogen. Lösungsweg Nummer 4, nicht mehr ganz so einfach, aber auch funktional. Wenn ihr nur einen DS Lite, also Dual Stack Lite Anschluss oder einen reinen IPv6 Anschluss habt, dann kann es eine Hilfe sein, eine native IPv4, also echtes Dual Stack zu beantragen. Bei Vodafone Kunden funktioniert das, wie auch bei Unity Media Kunden wohl nur über den Support. Ich muss dazu sagen, ich selbst habe das probiert und bin wiederholt gescheitert. Gleichwohl hatte ich dann plötzlich trotzdem irgendwann eine IPv4 Adresse, warum auch immer. Viele Nutzer berichten aber in den Kommentaren, dass ihr Kontakt mit dem Support, sei es telefonisch oder über die Social Media, zum Erfolg geführt hat. Sie haben eine IPv4 bekommen, echtes Dual Stack. Und damit waren die Probleme massiv verbessert bis hin zu komplett weg. Das trifft zum Beispiel in meinem Fall zu. Lösungsweg Nummer 5 ist der neue Weg, den ich jetzt gerade heute erstmal verifizieren konnte. Ich habe jetzt auch hier, wie bei dem WLAN-Test, noch keine Langzeitphase durchlaufen. Also im Moment sind es bei mir etwa 96 Stunden, also vier Tage, seit ich das probiere. Und zwar im Netzwerkadapter einfach die IPv6 Adresse, also das IPv6 Modul zu deaktivieren. Scheint dazu zu führen, dass auch hier die Paketverluste aufhören. Ich lasse das jetzt in diesem Video einmal kurz einblenden im Hintergrund, wo ihr da hin müsst, was ihr da anklicken müsst, um das zu deaktivieren. Ich werde das auch im Zweifel dann nicht mehr groß kommentieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt das probieren. Das geht an sich relativ einfach, wenn man weiß, wo man hin muss und es scheint auch funktional zu sein, auch langlebig funktional zu sein. Einfach die IPv6 zu deaktivieren. Wichtige Randnotiz, das klappt natürlich nur, wenn ihr auch eine IPv4 Adresse habt, auf die ihr zurückfallen könnt. An dieser Stelle nochmal der kurze Einwand, wenn ihr das testen konntet und das auch bei euch einen langfristigen Erfolg habt, dann schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare rein. Lösungsweg Nummer 6. Wir wissen ja nach wie vor nicht, warum es zu diesen Problemen kommt. Wir wissen aber, dass das Ausschalten der WLAN-Verbindung, also des WLAN-Adapters, zu einer massiven Verbesserung führt, temporär oder sogar dauerhaft. Wer jetzt aber WLAN braucht, und das dürften sehr, sehr viele von euch sein, kann einfach folgenden Workaround benutzen. Das WLAN in der Vodafone Station deaktivieren und über einen der vier LAN-Ports einen WLAN-Accesspoint betreiben. Einen WLAN-Accesspoint bekommt ihr im Regelfall für 10 Euro schon im Baumarkt. Das sind dann natürlich keine Spitzenteile. Aber ihr könnt auf gut Deutsch für sehr, sehr wenig Geld das WLAN in Betrieb halten und bei der Vodafone Station deaktivieren und keine Paketverluste mehr haben. Lösungsweg Nummer 7, der auch bei einigen funktioniert hat. Einfach das Modem in den Bridge-Mode schalten lassen. Das könnt ihr über das Mein-Kabel-Kundenportal bei Vodafone aktivieren. Das dauert einige Werktage, weil da erst einige Ein- und Austragungen vorgenommen werden müssen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist funktional, es ist praktikabel, es ist vom Aufwand vom zeitlichen her sehr, sehr groß, weil ihr einfach einige Tage warten müsst, bis ihr das dann tatsächlich nutzen könnt. Und der Nachteil, der dadurch natürlich entsteht, ihr müsst euch dann einen eigenen WLAN-Router organisieren, den ihr hinter das Kabelmodem dranhängt. Das heißt also, ihr habt zwei Stromverbraucher dran und zwei Geräte, die ihr im Zweifel warten müsst. Von daher ist das im Zweifel auch nicht so optimal. Was auch hier nicht hundertprozentig klar ist, mit dem Bridge-Mode bekommt ihr in der Regel eine IPv4-Adresse. Ob nicht durch das Aktivieren des Bridge-Mode und das Erhalten der IPv4 eigentlich das Problem umgangen wird, also eigentlich der frühere Lösungsweg greift. Lösungsweg Nummer 8. Kauft euch eine Fritzbox. Ja, das führt nicht bei allen zur Lösung, muss man ganz klar sagen. Es gibt auch ganz, ganz viele Nutzer mit einer Fritzbox, die von den Paketverlusten und den Latenzproblemen betroffen sind. Aber, das muss man halt auch dazu sagen, es gibt auch sehr viele Fritzbox-User, die von dem Problem eben nicht betroffen sind. Das kann jetzt daran liegen, dass die auch eine IPv4 haben, das kann an unzähligen anderen Ursachen liegen, die wir einfach nicht eingrenzen können. Meiner Meinung nach ist es ja nach wie vor so, dass das Problem eine Kombination aus dem Netzbereich ist und der Vodafone Station selbst. Von daher, das hier, die Lösung Nummer 8, ist mit Abstand die teuerste Lösung, die ihr wählen könnt. Denn eine Fritzbox gibt es, zumindest eine Kabel-Fritzbox gibt es selten für unter 200 Euro. Aber, bei vielen hat auch der Kauf einer Fritzbox zur Lösung beigetragen. Und gerade, wenn ihr noch länger im Vertrag drin seid und da auch bleiben wollt, muss man auch mal an der Stelle erwähnen, dann kann sich die Investition im Zweifel lohnen. Einfach auch, weil die Fritzbox, was die Komfortfunktionen betrifft, sehr, sehr attraktiv ist. Ich verpasse auch du keine Infos rund um das Thema Vodafone Station, Paketverluste, Latenzspitzen und was da vielleicht in der Zukunft noch so auf uns zukommen könnte, indem du jetzt, nachdem du dieses Video angesehen hast, den Abonnieren-Button drückst, der ist hier unter dem Video, genau da unten rechts, seht ihr ihn, einfach einmal draufdrücken und die Glocke dazu mit aktivieren. Dann bleibt ihr auch auf dem Laufenden, sobald ich ein Video rund um das Thema Vodafone veröffentliche und natürlich auch zu den anderen Themen auf meinem Kanal. Es würde mich nämlich unglaublich freuen, wenn ich euch helfen konnte, wenn ihr mir auch ein bisschen Liebe zurückgeben könnt und zwar einfach in der Form. Es gibt auf meinem Kanal einfach auch noch viele, viele andere Videos, viele andere Inhalte und es würde mich riesig freuen, wenn ihr die ein wenig konsumieren würdet.